Ein gewöhnlicher Tag auf einem kalifornischen Highway. Auf der rechten Spur hat es jemand besonders eilig und in der Mitte fährt ein herrenloser Anhänger. Alles ganz wie... äh... Moment mal. Tatsache, dieser mit Paletten beladene Trailer ist völlig allein unterwegs. Aber er hält trotzdem brav die Spur. Ein paar hundert Meter weiter dann des Rätsels Lösung. Offenbar hat die Anhängerkupplung versagt. Kann ja mal passieren. An so einem gewöhnlichen Tag im schönen Kalifornien.